Die sicher angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Wohnung befindet sich im Kreis Bergstraße. Die ideale Wohnung verfügt über einen Balkon, einen Garagenparkplatz, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer sowie einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Die Wohnfläche der Wohnung liegt bei ca. 97 Quadratmetern. Die Warnmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 615 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet.